Ah, du trinkst. Das ist keine Chance. Das sind alles WRACKS. Okay, lass uns gehen. Einer ELECTRACK. Uff. Okay. Warum treffen die denn bitte schön jetzt, hä? Ich habe ein Naughty. Gut. Es wird ein Naughty. Ich verluschke jetzt. Ping. Boah. Wir haben auch Idee oder was? Guck mal raus. Einer Klaus. Uff. Oh, Alter. Die schmeißen ja die Nails rein. Oh, wie nett da. Also der eine, der bei Dings steht, bei Stop Signs hat eine M4. Pöge. Da kommt der einfach vor. Boah, der Kacklappe. Ich gebe mein Ding runter bei Poppy. Nein, das war genau dein Kopf. Boah, das hat auf sich so krank. Perfekt ausgesehen. Einfach nichts. Ich glaube nicht mal irgendeinen Hit. Ich drück nicht ab. Ich fisch gesichtig. Ich sehe ihn. Ich klicke. Und mache auch gleichzeitig rechts. Denn ich schieße nicht. Du hast recht gerade zu für die SG. Also ohne Kavla. Uh. Nice. Ich gucke links von dir rein. Oben ist er. Hat schon einen Scout-Hit. Also ich komme rechts von dir rum. Keine Ahnung. Ist er oben gewesen? Oben, oben, ja. Yes! Hey! Willst du... Ah, okay. Ich komme mir jetzt auch direkt SG. Ich habe einen Scout das mal echt angeschissen. Wenn die dann mit einer MP rumgerödelt kommen, ist mal weg. Also wenn die close kommen. Boah! Jetzt ging ich ordentlich durch die Wand. Yeah! Yes! F***in Ups! Es ist so, so lässig immer damit. Was schießen kann, das halt wirklich schießt. Und nicht nur so einzuschießen. Warte, ich hab dir ne... Ah, ich hätte dir ne Ding geben können. Ne Ups! Jungs, ich geh vor, ich mach's so low. Jungs, ich geh vor, ich mach's so low. Dann geh ich nach hinten, warte bis ihr tot seid und mach den Rest. Boah, ich bin cool. Ah, ich kann nicht abdrücken. Die Auge liegt hinter dir. Einer ist Red Train. Einer ist Red Train close. Und jetzt ist er runter, scheinbar. Der Jump, der C. Der Fisch. Nice. Schickes Knife, demora. Ah, die Combo. Ich hab mal auf die Combo geguckt, wie das passt. Die Combo bitte, Alter. Wow. Und noch die passenden Sneakers. Oh, nice. Schön, die Billish-Variante. Low Budget. Schickes Knife. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab auf die Pistole gewechselt, wo ich sofort wieder zurückgewechselt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah, die kleine Lackaffel. Natural. Natural. Oh, shit. Oh, shit. Knäht tief rein. Einer Electric. Einer ist Klaus oben auf den Trains, glaube ich. Nice. Sehr schön. Haller. Noch einer durch. Die sind beide. Oben einer. Nice. Chill, chill, chill. Ich guck kurz. Ich verbiss mich ein bisschen. Jo, jo. Ich decoy mal behind Green Train. Hier hinter. Backlines. Okay. Jo, der ist behind Green Train. Nein. Nein. Minus 50. Kommt der? Ja, der kommt wahrscheinlich Richtung Outbomb. Nein, ich darf ihn nicht. Kurz überlegt, ob ich die auch einfach renne. Weil er hinter den Trains war. Ich war da an der Treppe. Man hat nur eine Haarspitze von mir gesehen. Er kommt um die Ecke und pum. Mit der Diegel. Einfach direkt ins Gesicht. Nice. Letzter ist vor PopDoc oder in PopDoc. Ah, PopDoc. Minus 70. Null Aim gerade. Fuck. Aber du hast ihm eigentlich gegeben, ne? Minus 70 hat er ja. Yes. Boah, rumschleicht. Das ist der Arschloch. Das ist der Arschloch. Gott, deswegen. Okay, jetzt haben wir Geld für SG. Oder Aug. Ne, Aug kostet viel mehr, ne? Egal. Schon mehr. Ich denke, ich hole die auch. Man ist halt einfach dann nicht mehr so arg im Nachteil. Hier direkt hoch ins Vogelnest, nachdem ich in Ate geschmissen habe. Gott, ich bin blind. Hinter dir, hinter dir. Hinter Green. Nice. Sorry. Alles gut. Er ist mir entwischt. Nice. 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 Oh. Kannst du mir gleich die Auge... Achso, halt. Nee, warte. Mach's nicht. Mach's nicht. Kauf du dich mal schön voll mit Kevlar und allem drum und dran. Und ich mach's gut. Und kann dafür auch Full Kevlar holen. Das war beide bei Trains durch. Jawoll, der hat nen Hit. Ist weg. Kleiner Panzer. Ich hab 3 AP. Der andere müsste bei den Trains sein. Nein. Ja bei mir. Huh. Er kommt mit der Scout rum. Gibt's da was? Sehr schön. Eine AWP. Ich geh bei Red vor. Ist das die AWP gewesen? Ich glaub schon, ja. Ich guck Ivy schnell. Da ist nichts. Ich smoke off. Wenn der rauskommt. Ah, Ivy. Da ist mein T-Stars. Soll ich AWP nehmen oder bleiben wir bei Auge? Wie du willst. Was du hier fühlst. Ich hab einen Auge. Also ich versuche AWP. Aber meine Shots vorhin mit der Scout waren grauselig. Das war ekelhaft. Ich weiß nicht ob einer raus ist und bei Olof ist oder irgendwo. Ja. Einer weg. Jo, bei mir close. Der hat sich gelohnt. Easy. Ja, stimmt. Das war jetzt dann doch echt gut. Ich bin dumm. Ich hab mir 5-7 gekauft. Obwohl wir so nicht spielen dürfen. Einer rennt da rum. Er hat auch eine AWP. Aber du hast den Spelling. Der hat kurz gezuckt. Als hättest du ihm den Helder gegeben. Nice. Was? Shit. Kein Plan wo der ist. I'm defusing the bomb. Nice! Einer ist Bully! Fuck. Ich vergess zu entschärfen. Bom. Boom, boom, boom. Einer. Alla. 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 GCWP. Ihr Klubs. Warte mal. Can I... Can I... Clamp? Can I... Clamp? Da kommt keine Antwort. Distrobatsclamp. Please. Hello, Sabrina. Hello, Sabrina. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner wirklich fette Mutter auf die Instagram-Messe. Was?